So, ein Tutorial über XGen. XGen ist eine von gefühlt drei oder vier Möglichkeiten, in Maya Haare herzustellen oder Felle herzustellen. Es gibt auch noch Hair, die Partikel kann man dazu hernehmen und man kann Fur dazu hernehmen. Und das ist XGen und XGen hat einen langen Weg in Maya gefunden als Plug-in, bis es jetzt fest eingebaut ist. Und damit kann man Haare kämmen. Und auch wenn das hier ein bisschen grob wie Zylinder aussieht, das sind sehr schicke Haare, wenn man die rendert. Und ich habe hier ein bisschen gebürstet und deswegen ist das keine starre Ebene, sondern hat so fast einen Wirbel. Das könnte ein Wirbel in einer Frisur dann sein. Und das habe ich auf dieser Fläche hergestellt und ich zeige euch jetzt den Weg, wie es dahin kommt. Um Haare zu frisieren, zu kämmen, braucht man Kamm. Man braucht Haare und man braucht eine Fläche, worauf die Haare wachsen. Und genau das erzeugen wir als allererstes. Man braucht eine Polygonfläche. Alle die hier gingen, auch natürlich eine selbstgebaute, auch natürlich eine Kopfhaut, die man modelliert. Aber es sollte dann ein Polygon letzten Endes sein. Ich setze ein Polygon hier mal in die Mitte der Szene, skaliere es ein bisschen hoch. Und ihr seht hier unten dieses graue Raster, was mir die Grundfläche zeigt. Brauche ich nicht mehr, gehe ich auf diesen Knopf und blende es aus. Ich habe ja jetzt meine Fläche. Ich würde euch raten, macht diese Fläche ein bisschen unordentlicher, damit sie nicht so ganz so glatt ist. Aber ich werde jetzt der Schnelligkeit dieses Tutorials wegen es mal so lassen, wie es ist. Es sieht aber cooler aus, wenn ihr hier eine der Deformierungstools benutzt, zum Beispiel. Die nicht-lineare Deformation gibt es in einem früheren Tutorial hier auch ein bisschen erklärt. Ja, wir wollen also jetzt Haare auf dieser Fläche wachsen lassen. Dazu gehen wir zu dem Reiter X-Gen. All diese grün eingeklammerten Sachen haben, soweit ich weiß, mit dem Kämmen zu tun. Und dem Frisieren sind also neu in Maya 2017. Geht jetzt auf diesen linken Reiter. Wir fangen sozusagen links an. Wir brauchen immer wieder auch das hier. Ganz links ist Open the X-Gen Window. Und dann tut sich dieses Fenster hier auf. Es sagt uns im Grunde, jetzt seid ihr in einem völlig neuen Modul. Es sieht auch ganz anders aus als der Attribut Editor und so weiter. Auch der Kürze wegen erkläre ich jetzt nicht diese drei Optionen. Wir nehmen die oberste und wir nehmen hier die zweite. Die zweite nehmen wir deswegen, weil hier Groomable steht, also Kämmbar. Das ist die Option, wo man... Auch tolle andere Optionen hier, aber die hier lässt sich ganz besonders leicht kämmen. Und wenn ich auf OK drücke, kriege ich so eine Andeutung von Stoppelhaaren auf dieser Fläche. Und zwar nach dem Zufallsprinzip verteilt. Jetzt ist es natürlich deprimierend, wenn man das hier Haare nennen soll. Und der entscheidende Regler dafür heißt Density. Und hier kann ich die Density hoch, die Dichte hochdrehen und so weiter. Ich kann auch hier unten noch die Länge und so weiter. Hier die Länge zum Beispiel. Ich kann es nach oben wachsen lassen. Die Breite kann es eher schmäler machen oder eher breiter. Das lasse ich einfach alles mal im Prinzip so. Ich will ja jetzt das Kämmen zeigen. Tip Color können wir vielleicht noch ändern. Dann ist es ja irgendwie so. Muss jetzt ja nicht unbedingt so sein. Machen wir mal einen bräunlicheren Ton oder rödlichere Haare. Keine Ahnung. Irgendwie vielleicht ist gelber mit zu krass. Dieses Auge hier besagt Update the X-Gen Preview. Kann man mal drücken und dann bekommt man sowas. Das ist das, was letzten Endes gerendert wird. Eine Fläche von diesen Stäben. Aber die Stäbe sehen dann im gerenderten Bild nicht so ätzend aus wie hier. sondern durchaus ansprechend, weil die eine Textur auf sich gemappt haben, also eine Textur tragen. Ich nehme mal wieder weniger Haare und dann nimmt das ein bisschen ab und noch weniger und macht ein Update und so weiter. Dann kriege ich also so eine Art von Tuben, also Tubusen, die diese Fläche ausmachen. Gut. Ich will jetzt groomen, das heißt frisieren. Da gehe ich auf diesen Reiter hier und fange mit der Länge an. Dieses Kreischen, was sich nur auf dieser Fläche, auf unseren Haaren bewegt, wenn ich den Mauszeiger davon wegbewege, verändert sich das im normalen Mauspfeil. Der möchte größer oder kleiner gemacht werden. Und dazu drücken wir die Taste B, halten die gedrückt und jetzt linke Maustaste, nach rechts oder links, macht dieses Ding größer. Und jetzt lasse ich die Länge, ich lasse die Haare sozusagen wachsen. So, das kann ich hier so rein modellieren. Es ist übrigens auch sehr schön, das mit dem Grafiktablett zu machen. So, hier hinten noch ein bisschen länger. Jetzt Taste B, wieder linke Maustaste, macht es sehr klein und macht dann hier noch so einen viel lokaleren Wachstum hier. Deutlich größer an engerer Stelle. Und jetzt kann ich mit verschiedenen Optionen hier spielen. Zum Beispiel die Breite, die Dicke der Haare oder auch ihre Neigung. Also gehe ich mal hier hin und dann bürste ich die alle nach rechts jetzt in dem Fall. Oder mit einem größeren Pinsel viel mehr nach rechts. Ich kann die Orientierung machen, das ist irgendwie was anderes, ich glaube innerhalb. Ja genau, dann biegen sie sich stärker. Hier nochmal, das ist auch nochmal ein Biegungsding. Was können wir noch machen? Zum Beispiel Noise. Sehr wichtig immer, damit die Haarverteilung einigermaßen dann auch wirklich nach Zufall aussieht. Noise kann man da auch gut sehr groß anwenden. Also Taste B und dann den Pinsel, mit dem wir das hier alles machen, noch größer und dann mal richtig grob drüber gehen. Und dann haben wir eine viel wildere Verteilung von dem Ganzen. Jetzt gehe ich wieder auf Update und dann sehe ich, wie diese ganze Bürste hier eingewirkt hat. Jetzt gehe ich wieder auf Update und dann gehe ich wieder auf Update und dann gehe ich wieder auf Update und dann gehe ich weiter.